Es gibt keine Stadt, in der man besser leben kann. Hamburg hat eine jahrhundertealte Geschichte und ist trotzdem jung und dynamisch geblieben. Der Hafen und das Wasser prägen das Stadtbild. Hier kann man von morgens bis abends alles erleben, was eine moderne Metropole ausmacht. Kultur, Kino, Sport, Kneipen und Clubs sehen. Wir sind tolerant und weltoffen. Als Bürgermeister möchte ich, dass bei uns alle ihren Platz finden und ihre Chancen nutzen können. Dazu gehören eine starke Wirtschaft mit guten Jobs, genauso wie Wohnungen für Familien, Senioren und junge Leute, die ihr eigenes Leben beginnen wollen. Bei uns erhalten alle Kinder einen kostenlosen Kita-Platz. Die Schulen sind top in Schuss und in den Hochschulen kann man alles studieren, was interessant und wichtig ist. Wir sorgen für gutes Klima, weltweit und bei uns in Hamburg. Wir steigen aus der Kohle aus, machen die Industrie umweltfreundlich und lassen Busse und Bahnen mit Ökostrom fahren. Um überall bestens hinzukommen, bauen wir neue U- und S-Bahnen und moderne Radwege. Freies WLAN ist in Bussen und Bahnen inklusive, denn in Hamburg sind wir gerne gut verbunden. Was für eine Stadt, was für eine Vielfalt. Und als Bürgermeister möchte ich dafür sorgen, dass alles auf Kurs bleibt. Wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020